Sehr zufrieden, weil wir es jetzt in der eigenen Hand haben. Wir können im letzten Spiel gegen ABC den Aufstieg klar machen und damit haben wir eine gute Ausgangsposition und ich denke, wir werden das letzte Spiel gewinnen und damit dann hoffentlich aufschlagen. Vielleicht ein bisschen mehr Herz gespielt. Wir waren nicht ganz so aufgeregt, würde ich sagen, wie der Gegner und waren relativ konsequent vorne, haben nicht viele Chancen bekommen, aber die, die wir bekommen haben, haben wir gemacht und würde ich sagen, völlig verdient heute einen Punkt mitgenommen und ich glaube nicht, dass der Schiri irgendwas falsch gemacht hat. Es gab ein paar Entscheidungen, die er hätte vielleicht für uns pfeifen können, aber alles in allem, würde ich sagen, war die Schiedsrichterleistung völlig in Ordnung. Richtig, bis jetzt wird sich zeigen, wie es im letzten Spiel aussieht, aber bis jetzt sind wir sehr zufrieden. Können wir natürlich krönen mit einem Aufstieg. Ja. Ja. Ja.